Musik Es ist zu schaffen. Wir schaffen es gemeinsam. Hast du gesehen, wie tief das ist? Sie wird uns tragen. Das sagst du so einfach. Andere machen es doch auch. Ich fahr da nicht rüber. Schau mal, die Brücke ist doch schon beschädigt. Tiefe Rillen laufen über die gesamte Fahrbahn. Das sind Dehnungsfugen. Das hat jede Brücke. Ich hab gestern noch einen Film gesehen, in dem eine Brücke eingestürzt ist und alle Autos sind in die Tiefe gefallen. In den Tod. Das war ein Film. Hast du jemals in der Zeitung gelesen, dass eine Brücke eingestürzt ist? Möchtest du es morgen lesen? Ja, sehen Sie denn nicht, dass es hier nicht weitergeht? Hier ist eine Brücke! Pass mal auf. Es handelt sich hier um eine Bogenbrücke. Manche haben die Fahrbahn unterhalb und andere oberhalb der Bögen. Aber alle haben gemeint, dass nur Druckkräfte entstehen, die von den Widerlagern aufgefangen und auf dem Baugrund abgeleitet werden. Das macht sie so stabil. Theorie. Schatz, ich fahre uns über diese Brücke. Dieses Fahrzeug fährt gar nicht über die Brücke. Hast du gesehen, wie tief das ist? Es ist zu schaffen. Was sagst du so einfach? Andere machen es doch auch! Ich habe gestern noch einen Film gesehen, in dem eine Brücke eingestürzt ist. Und alle Autos... Das hast du mir schon erzählt. Außerdem war es vorgestern. Hast du jemals in der Zeitung gelesen, dass irgendwo eine Brücke eingestürzt ist? Möchtest du es morgen lesen? Ich möchte endlich über diese Brücke fahren.